yo was geht ab leute willkommen zu einem weiteren video und zwar bin ich hier in meinem auto es ist halt übertrieben ich hoffe man hört nichts davon ich habe keine ahnung eventuell wird man es gewittert übertrieben es ist was soll man ja wie ihr bereits mitbekommen hat wurde auch zero sein neues lied dein fahrer geleakt wie schon von ferro und von samra und kapital ja was soll man machen ich habe mir das ganze schon mal reingezogen ich meine ich bin neugierig kann man mir auch nicht verübeln man sollte es dem jährigen verübeln der es auf jeden fall geliebt hat ihr wisst was ich meine ich höre einfach mal kurz rein ich kann doch nicht zu viel davon zeigen denn sonst wird mir das ganze video gesperrt seid auf jeden fall heute um 0 uhr gespannt mein video wird höchstwahrscheinlich sowieso erst danach auskommen ich habe keine zeit mehr zu schneiden und so weiter und so fort wie gesagt mein video wird dann sowieso erst danach auskommen ja ich sage ich gebe mir das einfach zu video und dann sage ich euch wie es ist also ihr könnt auf jeden fall mal kurz ein bisschen rein hören wie gesagt ich kann euch auf jeden fall nicht zu viel abspielen das wird mir das ganze video gesperrt seid auf jeden fall gespannt drauf ich weiß nicht wäre wusste auf jeden fall von seinem lieb ja was ich auf jeden fall komisch finde wo die lücke an der ganzen sache ist wo das ganze ich mein irgendwo muss eine lücke geben wo das ganze dann gezogen wird und veröffentlicht wird ja frage ich mich echt wie gesagt mittlerweile wird ja schon fast jedes lied jedes album als viele alben und schon fast jedes lied jedes single wird geliebt gespannt das video wird auf jeden fall erst danach auskommen schreibt mal dann in die kommentare wie ihr den song findet da würde bereits dann schon online sein wie gesagt wir sehen uns dann einfach im nächsten video nächstes mal bin es ein bisschen früher dran und peace